servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal eine neue id steht in world of warcraft an und wir sind auch am beginn eines neuen monats das heißt es gibt wieder jede menge zu tun mit handelsposten mit neuen quests und so weiter und so fort neue events stehen an also es wird in diesem monat tatsächlich relativ voll wir wollen uns in diesem format weekly reset mal wieder anschauen was ihr in dieser woche alles so tun und lassen könnt wenn ihr das denn wollte wie immer gilt auch nichts muss alles kann und ich würde sagen damit starten wir rein kurz nach einer botschaft von meinem partner holy energy ist die alternative zu herkömmlichen energy drinks ohne zucker ohne künstlichen bullshit in zahlreichen leckeren geschmacks sorten ist holy energy die perfekte alternative für euch wenn ihr energie braucht aber auf zucker kalorien ein koffein crash und so weiter und so fort verzichten wollt zubereitung ist ganz einfach wasser in den shaker gerne ein paar eiswürfel dazu pulver drauf einfach mal kurz schütteln und fertig ist euer leckerer energy drink für unterwegs wenn ihr aber sagt ich möchte nicht zu viel koffein zu mir nehmen dann hat holy auch eistee im sortiment gibt es ebenfalls in zahlreichen leckeren geschmackssorten und das beste sowohl das energy drink als auch den eistee gibt es in probierpäckchen also checkt die links in der video beschreibung und meine codes da könnt ihr noch mal ordentlich was sparen und ich wünsche euch ganz viel spaß mit holy und wir machen jetzt mal den anfang mit dem handels posten ich weiß das ist jetzt kein wöchentliches feature aber ich habe in den letzten oder zuletzt gemerkt dass viele das immer vergessen deswegen versuche ich das jetzt mal mit aufzunehmen zumindest in der ersten id des monats und vielleicht in der letzten dass ihr wisst okay ja ich habe jetzt nur noch zwei tage zeit das zu ergattern oder jetzt ist wieder was neues einfach als erinnerung könnt ihr mal in die kommentare schreiben wie ihr die idee findet aber mir ist das jetzt aufgefallen da einige geschrieben haben dass sie den neta drachen vergessen haben also es gibt jede menge items neue die werden uns jetzt nicht alle anschauen wenn ihr das sehen wollt guckt gestern mal auf meinen kanal und vorgestern da haben wir jede menge videos zum handels posten gemacht auch wie am einfachsten euer reisetagebuch füllt aber mit am interessantesten die items zorn des feuerlords ist wieder da es gibt ein grollhoof mount es gibt die mounts zum 15 wo w geburtstag alabaster sturm kralle und die alabaster dollar schwinge es gibt kampfgeist ein pad aus 2008 zu den olympischen spielen und ein transmogrifizierer spielzeug welches hier überall stellen und somit überall transmoggen könnt also das lohnt sich in diesem monat definitiv ran an die buletten das ist durchaus ein paar ganz coole sachen dazu hatten wir auch schon es gibt neue shop items wo ihr euch theoretisch mehr traders tender also händler devisen kaufen könnt dazu kommt heute abend noch ein meinungsvideo also gerne den kanal abonnieren falls noch nicht geschehen wenn ihr das sehen und nicht verpassen wollt denn ich finde oder darum geht es in diesem video ich höre immer wieder langsam ja dann kaufst du halt einfach nicht aber das schon mal als kleiner als kleiner vorschuss da ich selber auch im marketing gearbeitet habe und so weiter damit ist es halt nicht getan und das kind ist schon in den brunnen gefallen so viel kann man an der stelle sagen aber gut das passt nicht zu diesem video was wir in diesem monat dann haben als monatsverlöhnung ist ziemlich cool und zwar das ensemble knochen des blutjägers also ihr könnt euch dann in einen dieser blut trolle verwandeln die ihr ursprünglich kennengelernt hattet in nasmir die gahun vergöttert hatten also das gibt es für punkte und wie gesagt wenn ihr sehen wollt wie ihr die am schnellsten sammeln könnt das video ging gestern online dann haben wir in dieser woche aktiv den großen style check der ist noch bis montag 23 59 online auch da hatten wir schon videos so wie der funktioniert auch da einfach mal suchen das machen wir sonst nicht in diesem video aber vereinfacht gesagt ihr könnt euch bei einem transmogrifizierer in einer der größeren städte dafür anmelden ihr kommt da rein mit fünf anderen spielern ihr bekommt ein thema vorgegeben müsst euren chart dementsprechend morgen am ende stimmen die spiele ab wer gewonnen hat dadurch bekommt ihr marken des großen style checks und von denen könnt ihr euch dann verschiedene items kaufen wie transmog sets wie stiefel und so weiter und sofort mützen also ja die belohnung sehen leider nicht ganz so cool aus teilweise aber das event ist ganz nett und auch darüber gibt es relativ viel für den handelsposten für euer reisetagebuch zu ergattern also wenn ihr da bock drauf habt könnt ihr das sehr gerne machen wir haben noch den dunkelmond jahrmarkt bis sonntagmorgen oder sonntagnacht viel eher 0 uhr 1 sage ich deshalb weil ihr da halt wieder die möglichkeit habt wenn ihr dahin geht zehn prozent mehr ep beim leveln zehn prozent mehr ruf für alle fraktionen und so weiter und so fort also das könnt ihr aktuell noch ausnutzen haben wir auch schon in videos ein paar mal gezeigt wie ihr den buff bekommt geht einfach auf den jahrmarkt so mitten drin auf der rechten seite ist ein karussell fahrt damit und dann kriegt ihr den buff das waren jetzt so die weekly ereignisse die wir aktuell haben dazu ist gerade das klassische ashran aktiv da kann ich euch sagen weil ich jetzt auch gefragt wurde wie es den titel gab geisel der kaldorei das hängt mit eben jenem ashran zusammen kurzer exkurs dazu wer da bock drauf hat das ist ein ziemlicher grind aber die titel sind ziemlich einzigartig und ich würde mal behaupten die haben nicht so viele das ist zurückzuführen auf warlords of draenor hier ist ashran das war so ein gebiet 40 gegen 40 open world pvp mehr oder weniger ihr konntet in eurer eigenen garnition hier ein heiligtum des gladiators bauen wenn ihr das auf rang 3 hattet konntet ihr quests auswählen für jedes der gegnerischen völker wo ihr dann die aufgabe bekommen habt 500 in dem fall geisel der kaldoreise nachtelfen töten der vorteil war wenn man das in ashran gemacht hatte das musste entweder in der open world oder in ashran passieren also im battleground ging nicht es musste in warlords of draenor gebiet sein der vorteil in ashran war wenn ihr in einer gruppe wart das wart ihr zwangsläufig in dem 40 mann schlachtzug und alle spieler hatten diese quest also maximal fünf habt ihr diese kills mal fünf angerechnet bekommen ich wusste das damals leider nicht deswegen ich habe es auf die harte tour gefarmt aber ja 500 leute killen und das geht halt in diesem klassischen ashran am besten da habt ihr wirklich die möglichkeit euch gerade ein richtig selten oder richtig seltene titel zu farmen da gibt es die ganze zeit nur auf die mütze steht auch dran nach schlacht nimmt niemals ein ende also da geht es wirklich nur ums zergen und deswegen geht das da so gut ich kann jetzt mal schauen drehen garnison hier seht ihr das ganze heiligtum des gladiators geisel der kaldorei das ist das mit den nachtelfen und das ganze habe ich glaube ich noch einmal mit menschen gemacht ja hier menschentöter habe ich am start dann gibt es für horde spieler zwergenhenker glaube ich drenei vernichter gnomen schreck worgenjäger und terror der tushui und wenn ihr alle diese titel habt gibt es kriegsheer von drehenor also es ist super super viel grind aber gerade geht das am besten wenn ihr da bock drauf habt dann gucken wir uns mythisch plus an wo wir schon bei wöchentlichen sachen sind und da fällt mir auf ich habe gerade absolut kein key am start fantastisch so jetzt haben wir einen am start und zwar diese woche die affixe sind tyrannisch und körperlich boshaft ich habe ja schon ein paar mal gesagt ich bin kein freund von diesen neuen affixen wenn ich ehrlich bin und körperlich ist das war glaube ich das ding wo die ganze zeit kicken musste dabei konnte die sachen halt auch 10 also nimmt ein spieler mit der hcc am start hat mittlerweile kann das jede klasse als druide beispielsweise überwintern schieben die eisfalle vom hunter blenden vom schurke und 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 es geht so viel packt das auf diese ads und dann seid ihr eigentlich auf der sicheren seite dazu kommen dann halt noch die ganze zeit so wöchentliche ereignisse die ihr machen solltet in dieser woche wie die belagerung der drachenflugfestung wenn ihr noch ruf braucht ihr könnt den angriff von firek machen mit neuen chars wenn ihr da noch gear benötigt was ich auf jeden fall machen würde wenn ihr noch nie so super gear habt in der zaraleck höhle diese weekly quest mit den niffen von loam world boss ist natürlich auch wieder am start und droppt aktuell auch wieder loot die ältesten zarkali also das meine ich mit diesen ganzen weekly events wenn ihr da noch was benötigt dann lohnt es sich auf jeden fall diese sachen zu machen und halt auch mit dem neuesten patch die zeitrisse sind ebenfalls nicht so schlecht als sogar gerade eine aktiv also wenn ihr da noch belohnungen haben wollt da gibt es ja auch catch up gear und einmal pro woche könnt ihr euch da mit sicherheit ein t set teil holen das solltet ihr auf jeden fall mitnehmen halt je nachdem wie gut oder schlecht euer char gerade ist das sind so die wichtigsten weekly ereignisse würde ich sagen dann werfen wir noch mal einen blick auf vergangenes natürlich was ich jetzt nicht mehr so oft erwähnen hier kam für seine belohnungen sehe ich die pvp world oder weekly quest und so weiter und so fort weekly in dieser woche ist noch die arena ruft ihr seht es durch arena geplänkel erhaltene ehre um 50 prozent erhöht also wer noch ein bisschen ehre und schrägstrich ein klein wenig eroberung braucht kann das gerade ganz gut mit arena geplänkeln tun ja das wäre der part und dann werfen wir wie immer noch einen blick in die alten gebiete von world of warcraft oder in die älteren wir wollen ja hier niemanden diskriminierend dünn schlinger kraulock ist noch nicht aktiv dafür müssten wir jetzt den world boss okay ich bin ehrlich in dem fall habe ich jetzt einfach nur geklickt und gehofft dass ich recht habe weil ich die reihenfolge vergessen habe es ist das hagelsturm konstrukt warum ist das wichtig das ding droppt nix aber wenn ihr alle sechs tötet gibt es einen erfolg dünn schlinger kraulock für das alpaka mount müsste in zwei bis drei wochen wieder aktiv sein und das habe ich ja letzte woche schon angekündigt wir haben diese woche noch die quest teuflische fragmente archäologie hier aktiv die gibt nichts besonderes also da braucht ihr noch nichts machen aber ab nächster woche könnt ihr euch schon mal vormerken weil das ist auch ein grind der dauert gut zwei bis drei stunden deswegen sage ich es jetzt schon mal ab nächster woche gibt es dieses mount über die archäologie weekly in dalaran zu ergattern geist von ich ero ein spektraler elch der ist ziemlich cool finde ich persönlich gibt es auch nur darüber und spektrale mounts sind in wo wir relativ selten ihr müsst nur archäologie gelernt haben dafür also ihr müsst jetzt nicht vorher irgendwas fahren und es hat auch keine auswirkung drauf wie gut euer archäologie skill ist wie lange das dann dauert also ihr müsst jetzt eigentlich nur lernen wenn es dann auf eins ist könnt ihr nächste woche die weekly quest machen und genauso fortschritt sammeln als wenn euer skill jetzt auf 500 600 wäre aber wie gesagt man muss ein bisschen farben das ist jetzt nicht so super nice aber wenn ihr ein bisschen was nebenbei macht ihr habt für diesen grind dann zwei wochen zeit dann würde ich sagen geht das schon und was ich noch vergessen habe zu erwähnen zu den time rifts deswegen älmel ich hier gerade hier rum da hatten wir auch neulich ein video zu findet ihr auch auf meiner webseite g6gaming.com es lohnt sich sorry dormi beispielsweise ruf zu farmen da gibt es dann auch über diese fraktion hier mounts und sonstige sachen zu ergattern deswegen versuche ich das zumindest auch wenn es dann dauert aber einen zeitriss die woche versuche ich mitzunehmen den ersten in der woche ist nicht super effektiv aber besser als gar nichts machen sagen wir es mal so also ihr seht es gibt eigentlich relativ viel zu tun in world of warcraft wer will kann natürlich auch immer noch lfr abfahren da droppen immer noch ziemlich gute items bei den letzten bossen weil man die eben auf 4 37 aufwerten kann und 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 also ich könnte jetzt noch so stundenlang weitermachen das sind aber so die wichtigsten punkte und man muss tatsächlich sagen das spiel ist aktuell im zustand wo man tatsächlich mit sehr vielen inhalten ans ziel kommen will also zumindest auf ein vernünftiges item niveau so würde ich es aktuell mal bezeichnen das finde ich ehrlich gesagt ziemlich nice weil es für mich auch gut jetzt auf meinem main mit 445 brauche ich es nicht aber es macht es für mich einfacher meine twinks nachzuziehen das finde ich dementsprechend ganz cool also damit sind wir jetzt auf jeden fall durch ich bedanke mich bei euch fürs zusehen wenn euch meine videos gefallen wenn ihr auch in zukunft keine news tipps tricks und so weiter und so fort verpassen wollt dann lasst auf jeden fall ein abo auf dem kanal da über 50 prozent der zuschauer haben immer noch nicht abonniert und damit danke bis dahin hat eine gute zeit reingehauen